X-Tipp, Spieltagstipp für die Kreisliga A Staffel 4. Hi, ich heiße Onur. Ich heiße Marc. Und wir spielen für Tasmania als zweite Herren. Das erste Spiel, Arminia Tegel, erste Mannschaft gegen Johannistal 2. Sagen wir 1-0 Arminia Tegel. Sind wir ein Bestand? Na klar. Immer wieder, wir sind ein gutes Team. Das nächste Team, Marc. Das haben wir SC Minerva gegen Spielvereinigung Tiergarten. Ich würde sagen... Minerva denke ich, oder? Ich würde von einem Unentschieden ausgehen. Ach so. Ich tippe Minerva. Okay, ich sage es ist ein Unentschieden. Klares 0-0. Alles klar. Alemania gegen VfB Einheit zu Panko, Marc. Ich mag den Namen von Panko besser. Dann sage ich Sieg für Panko. Okay, ich tippe dann einfach Alemania 2-0. Das nächste Team, Marc. Was haben wir denn? Dann NFC Rot-Weiß gegen SSV Köpenick Oberspree. Schwer zu sagen, war Uno? Ich würde einfach mal sagen, NFC Rot-Weiß die erste, weil ich die schon mal ein paar Mal spielen gesehen habe. Köpenick sagt mir jetzt nichts. Ja, ich mag Rot-Weiß auf Pommes auch. Deswegen. Immerhin. Gutes Argument, Marc. Karo 96 gegen Hertha 03 die zweite. Interessantes Spiel. Genau. Dann tippe ich Hertha. Ich bin auch auf der Seite von Hertha 03. Unser Trainer sagt das auch, ja? Immer wieder einen Blick zum Trainer werfen ist nie falsch. Das nächste Spiel, Marc. TOS Maccabi 2 gegen FC Phoenix Ahmed 1. Ah. Phoenix Ahmed klingt mir gut. Ich weiß es nicht. Ich bin auch auf Phoenix Ahmed. Da habt ihr mal spielen sehen und Maccabi sagt mir jetzt nichts. Das nächste Team. Ach nee. Friedrich Sein. Friedrich Sein. Zweite gegen Blaugelb Berlin. Da gibt es ein klares deutliches Nicken von einer gewissen Seite. Da sagen wir klar und deutlich Blaugelb Berlin. Und das letzte, das wichtigste Spiel natürlich meine Damen und Herren. Trabzonspor gegen Tasmania Berlin die zweite. Ja. Ist das noch in Neuköllner Derby oder? Ja. Ja. Das gewinnt Tasmania oder? Tasmania bin ich auch dabei. Sagen wir. 3-2. 3-2 Tasmania. Trabzonspor ist nämlich eine gute Mannschaft. Also das wollen wir nicht abschreiben. Nehmen wir vor dem Spiel 3-2 auf jeden Fall. Richtig. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja. Ja. Wir bedanken uns bei Sprechic TV, dass wir ein Interview geben dürfen. Ciao. Ciao.